Ja, machen wir morgen mal ein Spiel, oder? Vor-Saison-Spiel. Spiel starten, oder? Ja, komm. Wir machen das erste Spiel. Wir werden sicher auch das Spiel immer wieder mal simulieren. So. Das Mikrofon ein wenig runternehmen. Zack. Ja, Bulli gewonnen. Sehr schön. Jetzt gehen wir da durch. Durch die Mitte durch. Eis kalt. Pam. Oh, shit. Ah, nicht gut. Kriegen wir hoffentlich... Oh, scheisse. 2 gegen 1, 2 gegen 1. Nein, 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 nein. Schön, Rubi. Werden wir unser erstes Spiel im Franchise-Modus gewinnen, oder? Das wird sich jetzt zeigen. Ja, Goal. Komm. Oh, shit. Schön dazwischen. Hey, das ist ja gerade anders als vorher. Das ist ja gerade viel intensiver und schwerer. Hey. Jawohl, McKinnon. Oh, nein. Oh, je. Ich bin jetzt... Das war nicht so schön. Ach, wieso? Ja. Ich muss mich da... Ich glaube nicht, aber ich muss mich da gerade auf den Ohren konzentrieren. Die machen auch... Das so schnell dicht hinten. Sehr schön. Wichtig an... Oh, Schlägerei. Teil Schlägerei. Du hast keine Chance, Junge. Ich blütsche dir alles. Ich breche dir die Nase. Hey. Da und jetzt. Nochmal einer. Goal. Sickle. Sehr gut. Oh, Angriff 3. Ist ja komplett der Marsch bei mir. Die zweite. Schlägerei mussten wir gewinnen. Sehr gut. Wer macht das erste Goal? Mir oder wird das Chicago sein? Sehr gut. So, komm. Crawford, du lässt mich scheiben. Schön bei dir. Sie können einen Bulli-Goal machen. Ja, der Bulli gewinnen ist das andere. Der K.O. Sound. Ja, den könnte ich dann eigentlich auch bringen. Stimmt. Ey. Ja, McKinnon. Komm schon, abprallen. Nein! Wie macht er denn eh? Macht Spass. Aber so macht Spass. So macht Spass. Wenn Spannung da ist. Komm schon, McKinnon. Komm schon. Sauber. Yeah. Ah, fuck. Ja, so haben wir das gesehen. Sehr schön. Komm. Haha. Das war gemein. Schuss von hinten. Komm ab. Oh Gott. Wieso nicht? Was? Der Jack war doch gut. Oh nein. Oh. Nein. Nein. Wir kassieren. Nein. Wir haben so gute Chancen. Ach. Wieder konzentrieren. Konzentriere wieder. Die Musik ist weg. Jetzt kann ich mich wieder besser konzentrieren. Hoffentlich. Go. 0 zu 2. Hey. Wieso? Wieso? Schau mal. Aber Goli. Echte. Nein. Nein. Wir holen das noch. Puschen wir uns. Komm, Chad. Puschen wir uns. Wir holen das schon noch. Die ersten zwei Matches haben beide schön souverän gewonnen. Und jetzt im dritten Match einfach... Gehen wir halt auf die Seite durch. Nein. Nein, Mann. Hey. Oh. Jawohl. Komm, Schu. Komm, Schu. Nein. Nein, nein, nein. Sehr schön. Ach nein, er ist noch... Mann. Wieso? So schade. Aber wir holen das noch. Ja, klar. Ich denke, was wir brauchen, wäre ein besserer Goalie. Ich bin zwar schon Fan von Grubauer. Aber für das Game brauchen wir einen besseren Goalie. Vielleicht brauchen wir einfach nur einen besseren Spieler am Controller. Das kann natürlich auch sein. Jawohl. Was? Hey, nein. Der saft das. Das gibt es doch nicht. Das war doch ein perfekter Angriff. Das ist doch unglaublich. Hey, wir machen einen perfekten Angriff. Und der Goalie von ihnen saft das einfach. Yes! 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 Anschlusstreffer! Kurz vor der Sirense. Erste Pause. 1 zu 2. Und das Goal ist mehr als nur verdient. So, kehren wir das Ganze im Mitteldrittel. Das Ganze im Mitteldrittel. Jawohl. Ah! Kommt noch ein Spieler von denen. Hey, wieso? Nein, 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 nein! Uah! Wichtig. Wichtig. Nein, nein, jetzt gehen wir nicht fighten. Jetzt machen wir unseren Angriff. Oh, schade. Hier oben. Jawohl! Wuhuu! Ist das ein schöner! Es liegt zum 2 zu 2! Ist das ein schönes Goal gewesen? Oder ist das ein schönes Goal gewesen, Jack? Schaut mal an! Schaut mal an! Schaut mal an, wie schön! Nein, scheisse! Wuh, geiler, harter Jack. Ein wichtiger Jack. So, über diese... ...Cadri... Abdrehen! Nein! Nein! Ich will über die Bande spielen! Jawoll! Sehr gut! Wir passen an! Anderleid im Goal von uns! So! Und jetzt hier durch! Kurzgewühle! Ah, sehr gut! Jetzt haben wir die Scheibe... Ah, fuck! Scheisse! Nicht gut, gar nicht gut! Oh Gott! Noch schöner! Wir kriegen die Scheibe halt gleich nicht da! Aber wir hatten einen Anzug auf dem Goal! Ja genau, wir hatten einen Anzug auf dem Goal! Ja genau, wir hatten einen Anzug auf dem Goal! Auf dem Eis natürlich! Nein! Nein! Nein, nein! Ohoho! Nein! Er klärt einmal eine Strafe! Ich habe ja... Nein! Ach, scheisse! Fuck! Fast 2 Min. Doppelte Hundertzahl! Jetzt müssen wir spielen! Ah! Ich will einfach nicht im Verteidiger! Wichtig! 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 Vigasave! So! Jawohl! Ah! Okay! Komm, der ist frei! Ein bisschen hinterher... Sooo! Und jetzt gehen wir rein! Nein, 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 nein! So! Goal! Doppelte Unterzahl! Und wer erzielt das Goal? Wir drehen durch zwei Führungen und sagen, wir kehren das noch! Wir kehren das noch! Wir kehren das noch! Und haben es jetzt gehört? Und dann kassieren wir den Ausgleich! Das gibt es doch nicht! Und dann ist das noch ein selten dämliches Goal, das wir kassieren zum Ausgleichen! Nein! Nein, Scheisse! Achtung! 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 Oh! Oh mein Gott! So! Macar! Du bist fit! Du bist sowas von fit! Oh, schön! Nein! Bitte zumachen! Sehr schön! Oh mein Gott! Was für ein schlechter Pass von mir! Ja, man kann auch sich selber Druck aufbauen! Komm schon! Wir brauchen das Goal! Wir brauchen das Goal! Ja! Ja! Nein! Wir sind schon im dritten Drittel! Komm schon! Komm schon! Jawohl! Komm! Ach, Mann! Nein! 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 Nein, hey! Wir brauchen einen besseren Goal! Wir brauchen einen besseren Goal! Hey! Dass er da reinlässt! Scheisse! Verflucht das Scheisse! Hey! Direkt die Antwort! Mach 4 zu 4! Gib dich niemals auf! Gib dich niemals auf! Nein, er verzeugt! 5 zu 4! Oh mein Gott, 5 zu 4! 8,8 Sekunden für den Schluss! Scheisse! Was ist das für ein Match? Was ist das für ein geiler Match? Da sind die Goale draussen. Schön in unseren Händen. Spielen. Das war's! Das war's! Jawohl! Yes! Wir gewinnen den Match mit 5 zu 4! Ich habe einfach 3 Goals in den letzten 30 Sekunden. Wie krank ist das? Meine Fresse, war das ein geiler Match. Also ganz klar, für mehr solche Matches, wenn man mehr solche Sachen hat, man darf bei jedem Stream dabei sein, FOLLOW hier lassen. Und wenn ihr einen Hockey-Mode SUBS hier lassen. Ganz klar! Du kannst noch los! Und das war's! So ist es jetzt! einfach mal keine worse Bombe! Ich hab das!